Hi Leute, Willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Blitzcranks Pover Roundup ist vorbei, wir machen jetzt wieder Ranks, vorher würde ich aber gerne noch was sagen, nämlich, zwischendurch war tatsächlich ein neuer Modus verfügbar, einer für alle, der ist jetzt aus, finde ich richtig blöd und ich hatte leider keine Zeit den zu spielen, weil Uni und 5 Let's Play also lol, minecraft, witcher, morobind und shoppekeep, das war zu viel, ich hatte tatsächlich keine Zeit mehr und deswegen konnte ich auch keine Videos davon aufnehmen, es wird also keine von diesem, ich konnte nicht mal ein einziges Spiel spielen, gespeichert den aufnehmen, also ich habe auch nicht spielen können, das ärgert mich wirklich komplett. ist auch einer der Gründe, warum ich den 17 Uhr Slot auch wieder aufgeben werde, den wird es nicht mehr geben, sobald das Let's Play beendet ist, das ist 5 Let's Plays sind für mich, als Student, also während ich auch noch Uni habe, einfach zu viel, das geht einfach nicht. Wir bleiben also wieder bei 4, das hat jetzt 2 Jahre lang sehr gut geklappt, wird auch weiterhin sehr gut klappen, also, so, das wollte ich mal sagen und jetzt spielen wir Ranked. Ja, schon dran müsste. So, bin ich gespannt, was wir kriegen werden, welche Rolle, ich hoffe natürlich auf Supporter, aber das ärgert mich wirklich, dass ich einer für alle schon wieder nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, was sie jetzt verändert hatten oder so, keine Ahnung, das hat mich richtig geärgert. Ich habe auch schon seit 3 oder 4 Wochen, oder vor 4 Wochen, also seit 3 Wochen habe ich kein, also seit 3 Wochen, 3 Wochen habe ich nicht mehr gespielt, aber vor 4 Wochen habe ich das letzte Mal gespielt. Ja, habe ich das letzte Mal logisch gespielt, das ärgert mich vollkommen, ich habe wegen Shopback Keep, habe ich keine Zeit mehr gehabt. Vorher ging, in den letzten Semestern ging es wenigstens, dass ich am Wochenende noch täglich ein LOL zocken konnte, ging nicht mehr, Shopback Keep war zu viel, war einfach zu viel, also ich werde den nächsten Slot, werde ich einfach komplett weglassen. So, vorletzter, hi guys, I prefer to play support, mal sehen, was wir kriegen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag es eigentlich eher letzter zu sein, ganz ehrlich, dann kann ich keinem anderen eine Rolle wegnehmen, Support bleibt meistens sowieso übrig, und wenn mal jemand anders Support nimmt, oder Duobot oder sowas, dann... Spiel ich halt eine andere Rolle mal, ist auch nicht schlimm, ich habe, Top Nossos habe ich jetzt trainiert, bin ich sehr gut, muss ich sagen, also ich, ich, mein Rekord ist bei 20 Minuten bereits 400 Stacks, das war richtig geil, 18 Minuten waren es glaube ich sogar, 18 Minuten 400 Stacks, das war gegen einen Maokai, äh, und, äh, Mitte, Heimerdinger, und Jungle Nocturne. Van Garen, sind die, sind diese Juggernauts, wie sie in den englischen Spielen ja genannt werden, sind die immer noch so OP oder was? Ich habe Patch 5.20, habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal bisher gespielt, und das war ein normales Dominion, glaube ich, mehr nicht. Gangplank. Und das Beste natürlich, wenn man Letzter ist, man muss nicht bannen, ich mag es nicht zu bannen. Mordekaiser, Fiora und Fiss. In letzter Zeit sehe ich, also, in den letzten Spielen, die ich gespielt habe, wurde Fiss immer wieder öfter gebannt. Bist du wieder so stark geworden, oder was? Naja. Äh, Can All, Pref AD Carry, und sonst keiner. Ja, okay, das heißt, Support und AD Carry werden preferred, werden bevorzugt. Welchen Platz ist da der? Dritter, der ist vor uns. Naja, mal sehen, was wir bekommen. Zumindest AD Carry müssen wir nicht spielen, und das finde ich schon mal sehr gut. Okay, Sejuani führt Jungle. Okay. Was wählen die Gegner? In einem Spielhaut haben wir aber sehr zaghafte Spieler. Die warten alle. Wladimir Top und... Nein. Yorick. Oriana? Okay, Rumble, Top, Oriana, Mitte. Würde ich jetzt meinen. Welchen AD Carry nimmst du, oder... Allgemein, was nimmst du? Also, äh, äh, welchen AD Carry war an den unseren, und an den oberen war, was nimmt er, welche Rolle? Renga, Top. Und Caitlyn, AD Carry. Braves. Caitlyn. Caitlyn. Renga, Top, ist das okay gegen Rumble? Dann bleibt Mitte für den Hide Under Bed übrig. Der darf dann vermutlich gegen Oriana kämpfen. Gegnerische AD Carry ist... Raven, und Support ist vermutlich Thresh. Da werde ich keine Soraka nehmen. Könnte ich, möchte ich aber nicht. Auch die Ult von Draven ist da gefährlich, wenn ich Soraka spiele. Gut, ich könnte sie Tänke spielen, das wäre auch möglich. Aber ich spiele sie tatsächlich lieber als Support. Ähm... Ja, dann spielen wir Leona. Die Sonne geht auf. Lass mal sehen. AP, AP, geht auch eher AP. Also die Fähigkeit macht mehr AP-Schaden. AD, ja, dann gehe ich auf... Rüstung und Magieresistenz. Und Rip-Riddle Jungle. Z, Mitte. Need AP, na toll. Ah, ein Weiger, okay. Mit Teleport. Okay. So, bei denen fehlt noch der Jungler. Weil ja, Late Game ist so richtig geil. Der kann... Bis auf Thresh und Rumble kann der... Also Oriana und Raven kann der Wann hinten. Im Late Game. Ist ein Sau. Wenn der nicht auf Tank, sondern auf Schaden geht, kann er den auch Wann hütteln. Bin ich mal gespannt. 30 Sekunden noch. Nochmal kontrollieren. Passt, 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 passt. Bei unseren anderen heilen. Teleport, Teleport. Und zerschmettern. Passt alles. In Ordnung. Dann kann es ja losgehen. 10 Sekunden haben wir noch. Die warten wir noch schnell. Da sind wir auch wieder im Ladebildschirm. So, wir haben noch viele Leute, die nicht... Oh, geil. Sheriff Katelyn. Das ist der geilste Skin, überhaupt den Katelyn haben kann. So richtig geil. Ja gut, fangen wir bei unserem Team an. Also die geile Sheriff Katelyn, einen Weiger und als Baküren Leona Support. Also die Sheriff Katelyn ist AD Carry, Weiger ist Mitte. Einen Rengar. Ah, ah, da kann es sein Champion ansatzweise zumindest. Rengar, top. Und eine Sejuani Jungle. Wir sind auch alle, bis auf Weiger, letzte Season Silber gewesen. Bei den Gegnern haben wir eine Chaosgruppe Oriana. Mitte, vermute ich. Supergalaktische Rumble, top. Ein Xinsau Jungle. Ein Thresh und Draven müssten das noch sein. Für Support und AD Carry. Die fehlen aber beide. Bei uns, der Rengar, bei dem fehlen noch 6%. Ah, Thresh ist da, mit 100%. Seelenschnitter, Draven, auch mit 100%. Sieht man eigentlich diese Symbole bei den Gegnern auch? Das weiß ich jetzt spontan gar nicht. Das erste Lichtdämmer. Huh, das ging aber schnell. Die stehen alle da. Wollen die invaden? Wir gehen alle in Bord. Oder Mitte? Ich weiß nicht. Wollen die in Welten? Nein, Rengar will die Wölfe. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ich darf nicht fallen. Kluft der Beschwörer. Mal sehen, ob da jemand drin ist. Nein? Kommt da jemand? Bis dahin war niemand zu sehen. Die könnten aber theoretisch auch hier reingelaufen sein. Dann haben sie Captain allerdings zwar auch nicht gesehen, aber wer weiß. Spannung. Wird aufgebaut. Wo taucht der erste Gegner auf? Jetzt haben wir noch keinen gesehen. Ich hoffe nicht bei uns. Ich mag es nicht, wenn die invaden. Oh, ein Steckel. Ich mag es nicht, wenn die invaden. Noch 25 Sekunden. Ab jetzt. Merkt ihr das? Das hier und das hier. Die beiden Uhren sind äh, Timer sind um eine halbe Sekunde verschoben. Ich warte noch kurz. Ich warte noch kurz. Jetzt. Okay, Zidrani, no Flash. So. Nur ein bisschen Schaden verursachen. Mehr wollte ich nicht. Wir haben noch Thresh hat nur noch halbes Leben. Ich bin noch voll. Captain hat fast volles Leben. Was sagt der jetzt plötzlich was, wenn man wenn eine Seele einsammelt? Verdammt, die sind zuerst Level 2 geworden. Vorsichtig, Catelyn. Nein! 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 Komm schon. Wir sind lang. Erst müssen sie an mir vorbei. Okay. Okay. Es ist gleich. Jetzt. Also. Wir haben. Die haben einen Kill, einen Assist. Wir haben einen Kill, einen Assist. Bloß. Bei denen hat Thresh, glaube ich, den Kill bekommen, oder? Ja. Ich hab dich. Na ja, aber ich hab kein Mana mehr. So, ich hol mir jetzt noch den nächsten Minion und dann... Die Sonne geht immer wieder auf. Oh. Da ist ein Draven. So, mal sehen. 105 Mana brauche ich, sonst kann ich nicht mehr hin und stunnen. Ich darf also nicht in Gage hin. Das sind schon 3 und 4. Wir sind 3 und 2. Da waren 3. Das hört mich trotzdem nicht ran. Ich könnte jetzt zumindest wieder stunnen. Das erste Licht dämmer. Zu mir. Ich bin 4. Jetzt könnten wir ran. Ich könnte sogar alle Fähigkeiten einmal nutzen. Ich werde euch beschützen. Ich habe das Thresh gut aufgepasst. Ich bin aber nicht so leicht zu ziehen wie die Catelyn. Ach, den wollte ich eigentlich nehmen. Egal. Mal sehen, der hat schon 28 Minions. Der Draven ist sehr weit hinten. Zurgleich zur Catelyn. Die Catelyn kommt besser, klar. Wir greifen nicht an, Thresh. Wenn, dann greifen wir den Draven an. Wir können sogar wieder angreifen. Ich brauche nur 165. 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 So. Halte durch! Catelyn. Du musst kurz alleine aufpassen. Auserwählte der Sonne. Nein, da hat er geflasht. Warum kommt der nicht hinterher? Wo sind die? Verdammt, aber ich kann auch nichts machen. So. Draven kommt mir vermutlich gleich hingegen, aber da ist auch Catelyn. So, wir haben 900 Gold, wir gehen mal eben zurück. We are back. Oh, top tut jetzt nicht gegenseitig. So, drei davon, einen davon, den da und das war's. Mehr geht nicht. Okay. Wuriksen sah eigentlich noch getötet? Ja, er wurde noch getötet. Perfekt. Schade, dass ich kein Assist bekommen habe, aber es hat sich gelohnt. Ich bin nicht gestorben. Ähm, Sejani hat einen Kill bekommen. Gut, für Weigert hat das sich nicht ganz gelohnt, aber egal. So, warten wir hier mal. Thresh is back. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier was haben. Ja. Das erste Licht dämmer. Obwohl er viel mehr Minions hatte, hat er sich nicht getraut. Er wusste, dass ich da bin. Und auch hier ist ein Wort drin. Nein. Okay. War kein Wort drin. Ach, komm. Ich hab mich extra vor Thresh die ganze Zeit gestellt, damit er sie nicht ziehen kann und nichts war's. Da ist Sejani. Wieso macht denn der sie so viel mehr Schaden? Catelyn greift das, glaube ich, gar nicht an, oder? Okay, ich sterbe jetzt vermutlich gleich. Ja. Na, er hat sich nicht gelohnt, der hat doch Flash wieder bereit. Ähm, ich hätte gern das hier. War eine blöde Idee. Sejani hat auch zu lange von dort bis hierher gebraucht. Oder ich hätte einen Heiltank mehr gebraucht. Warum hat das, äh, weil du, äh, da standst du für Gank? Zu mir. Okay, wir müssen einfach ein bisschen besser spielen. Ja, du, äh, ja, aber warte für Kate oder die Dive. Okay. Beim nächsten Mal. Oh. Drache. Und Raven. Na toll. Ich weiß nicht, wer den Punkt ein Wort da gestellt hat, aber er ist weg. Und den haben wir nicht bekommen. Xinsa macht Drache Solo und, keine Ahnung. Okay, Top ist super. Top ist, glaube ich, das Er-Mitte ist so ein Hin und Her, glaube ich, jetzt mal. Und Bot wird total vergeigt. Mensch, ich habe auch gar kein Geld. Ich bin doch nicht mehr Level 6. Wir sind schon 7 und 8. Ich gehe gar nicht mehr rein. Seju, AFK. Sogar nicht AFK. Ich bin erst 5. Wieso bin ich erst 5? Das war knapp, Caitlin. Mit 2 Level hinter Thresh. Ich muss dringend mehr Level brauchen. Also auf Sicherheit spielen. Ich wette, er kommt jetzt zurück. Nein, er kommt da hin. Mensch, Caitlin. Du musst besser spielen. Geh nicht. Werde nicht da und gegrabt. Die Journey wollte noch rein, aber ich wäre nicht gerne reingekommen. Die sind... Der ist auch erst 7. Die Journey ist weiter vorne. Wie habe ich das gemacht? Die Journey ist weiter vorne. Ich kann sie heilen. Ich kann uns heilen. Den hole ich mir jetzt. Was ist denn mit diesem Weiger? So, ich bin nur kurz zurück. Caitlin macht den Turm. Vermutlich ist er schon ein paar Mal gestorben. 1, 3 erst. 1, 2, 3. Das hier. Das hier. Das hier. Okay, das passt. Dann möchte ich jetzt den ausbauen. Geht noch nicht. Wir haben den ersten Turm. Globales Gold für alle. Naja. Wo bekommt jetzt den Top-Turm? Oh, verdammt, Caitlin. Du kriegst die Licht. Weiger und Rengar haben... Ja, okay. Wie sollen sie auch... mit Teleport ganken? Wenn da keine... Äh, Dinge sind. Keine Worts. Nicht drei, nicht drei. Die sind neun und acht. Wir sind nur acht und sieben. Das sind zwei Level zu viel. Auserwählen. Wird er uns nur schlagen, oder was? Mit wird gerade gegankt. Von uns. Sieben und neun. Zwei Level im Unterschied immer noch. Rengar kommt. Die Sonne geht immer wieder auf. So, neun und neun und acht. Ein Level-Unterschied. Das würde schon gehen. 149, 201... Nein, nein, nein. Das geht nicht. Das sind 22... 22... Doch, 52 mehr Schaden. Die er hat. Rengar kommt. Die wissen, dass er kommt. Rengar geht zurück. Da sind 20 Sekunden. Dragon in 20... Äh... Ja, 15 eigentlich, aber egal. Ich werde euch beschützen. Ein Wort habe ich noch. Aber ich gehe lieber zu Kettl. Oh. Ich darf nicht fallen. Die haben da ein Wort drin. Gut zu wissen. Bleib auf der Hut. Kettlin für den Drachen versuch... Nein, wir sind nicht. Rengar ist fast tot. Da oben ist Oriana. Die stirbt vermutlich. Die stirbt vermutlich. Auserwählte der Sonne. Das war das Beste, was ich tun konnte. Ne, er hat jetzt echt den Drachen getötet, während wir hier alle gekämpft haben. Oh. Fade. Der Verbünderverbünder getötet ist nicht so gut. Ist gar nicht gut. Verdammt. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe den Verbünderbünder getötet. Ein Verbünderbünder wurde getötet. Ich werde euch verschwenden. Ich hätte die Ult nicht für Thresh verschwenden sollen. Der Gegner mit einem Turm zerstört. 450. Habe ich gleich. Das bringt nichts. Ich bin noch nicht so schnell. Ich habe erst Laufstiefel. Da komme ich nicht mehr hin. Ah, aber war ich ja Teleport. Verwünschen. Die Rihanna macht so viel Schaden. Die Rihanna macht so viel Schaden. Zu mir. Der Team hat einen Turm zerstört. Nein, nicht mich. Euer Team hat einen Turm zerstört. So, meine Worts sind alle aus. Ich setze hier mal einen neuen hin. Ich hoffe, dass sie uns angreifen wollen. Catelyn? Wieso standst du hier so weit vorne? Lauf! Lauf! Was machst du? Okay, also die Catelyn ist allgemein nicht sehr gut. Sie lässt sich dann schon Thresh grabben. Und... Der Weiger ist auch nicht so gut. Der spielt zu... Knallt. Ja, sag ich doch. Oh, das Teal war gut. Der nächste Drache ist in knapp drei Minuten. Ein Gegner wurde getötet. Oh, das war sehr gut. Perfekt! So, ich habe hier noch ein Wort rein. Und dann gehe ich hier mal Rumble entgegen. Kommt er? Kommt er nicht? Ja, er ist tatsächlich da. Immer wachsam. Weiger, du machst gar keinen Schaden. Wir wachsam, Speyer! Wenigstens machen die anderen was. Gut. Das war jetzt aber nicht so gut. Vermutte ich die Ult. Graven stand zu weit weg. Oh, reingemacht. Gutes Zeug. Du solltest echt zurückgehen, Weiger. Du spielst zu viel... Okay, Ferris wird reported. Ich bin jetzt Level 9. Ich bin jetzt beispielsweise schon 13. Okay, kein Wort. Das sind Zeres und Oriana. Wo ist denn Kettlern hin? Ach, da ist sie hingegangen. Gehen wir gleich mal zu ihr. Oriana hat sich das Kind gekauft. Okay. Ich warte mal hier versteckt. Falls sie nämlich so entlang gehen wollen würden. So schnell geht das nicht. Genau, grab den Supporter. Shriana? Hä? Wie das? Zwei Ziele. Es darf nicht fallen. Wir haben jetzt drei Sachen. Niemand geht zurück. Und... Weiger geht zurück. Gut, aber wir haben auch einen äußeren Turm. Nicht gut. Ich bin zu spät zurückgegangen. Und er hat mich aber hochgeworfen. Dann war ich zu weit von der anderen weg. Aber die haben es auch nicht gesehen. Nein. Ja. Gut. Okay. Ich möchte... 1, 2 AD, 2 AB. Ähm. Ich kaufe mir die hier. Warte mal. Ah, 75. Okay. Dann warte ich noch. Oh, wie wir... Keine Ahnung gehen. Ich höre sie nicht an meinem pinken Wort vorbei! Ich hab Draven! Das erste Lichtdämmer. Ich weiß, dass hier ein Wort drin ist. Und da habe ich glaube ich auch was gesehen, oder? Nein. Okay, ich bin kurz zurück. Jetzt habe ich nämlich die Ninja Tabby. Und dann hole ich mir noch als nächstes das hier. Okay. Endlich ein bisschen schneller laufen. Ach kein Wunder, dass ich auch so langsam war im Vergleich. Die haben ja schon Berserker Schuhe. Die haben alle schon ausgebrachte Schuhe, ich noch nicht. Deswegen war ich auch so langsam. Dann hat er mich noch einmal hochgeworfen. Dann konnte ich denen auch nicht hinkommen. Mist. Das war jetzt falsch. Egal. Ich setze hier noch einen. Hier noch einen. Und fertig. Oh! Also wenigstens der Rengar weiß, was er tut. Doch er dauert noch ein bisschen. Und hier ist kein Wort. Rengar könnte sich den Turm holen. Macht er auch? Ich werde euch beschützen. Nein. Nein, Mist. Ich glaube, der ist auch davon gekommen tatsächlich. Der war zaxin. Der ist davon gekommen. Einen Schlag, was auch. Und ich bin extra mit meinem Schild weg, damit ich ihn nicht töte. Ich weiß, dass hier gleich ein Thresh kommt. Und ich weiß, dass da gleich mehrere Leute kommen. Ich habe Caitlyn zu lange beschützt. Ich hätte gleich weggelaufen sollen. Aber ich wollte, dass sie rot bekommt. Mist. Okay. Nicht sehr gut. Perfekt abgelenkt, Rengar. Rengar weiß tatsächlich, was er tut. Weil er hingegen denkt sich, er nimmt irgendwas, was für Schaden macht und knallt alles ab. Fertig. Ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt habe ich mir gar nichts gekauft, oder? Verdammt. Egal. Drei wurden getötet. Ich komme da jetzt auch noch hinterher. Drei wurden getötet? Das waren zwei gegen drei. Drei. Tut mir leid, aber mich kriegst du nicht. Hoffe ich doch. Machst zu viel Schaden. Mh. Ich muss. Ey, wir haben ein Ass. Ich muss, ich muss. Ja, okay. Auserwäse der Sonne. Okay. Keine Worts. Auserwäse der Ecke vielleicht. Oh, plötzlich. Plötzlich habe ich vielleicht. Raven ist runtergegangen. Zwei. Eins. Und weg. Oh, geil. So, dann kaufe ich mir den hier. Den Effekt noch weiter ausbauen. Den Baron liefert. Und dann kaufe ich mir gefrorenes Herz. Auserwählte der Sonne. Auf fünf habe ich den, okay. Okay. Die Sonne geht immer wieder auf. Die verstecken sich alle. Keine Ahnung, wo die sind. Da ist ein Xen. Wir holen ihn raus. Okay, sie haben ihn noch bekommen. Konzentation. Ich werde euch beschützen. Irgendjemand ist irgendwo noch halbbar. Ich hab... Ah! Was soll das? Bei der PS-Zahl ist es unten. Wieso ist das alles so schnell? Ich sollte den Trank trinken? Letztier. Nein. Bleib auf der Hut. Renga hat das Glück gepusht, deswegen... Oh, aber wir sind alle fast tot. Halt, halt, halt. Rückgabe. Ich möchte den hier. Oh, hab ich... Nicht genügend Geld. Egal, dann einfach zurück. Ich werde euch beschützen. Okay, die sind alle fast tot. Barron ist fast aus. Und die haben schon den dritten Drachen. Mann. Ich werde euch beschützen. Mehr Tempo. Ich darf nicht fallen. Okay, ich glaub den einen Wort da unten, den kann ich lassen. Da ist der hier besser. Auserwählte der Sonnen. Aber ich brauche ein bisschen mehr Geld. Bei mir ist keiner mehr. Ich werde ihre Linien durchbrechen. Ein pinker Wort. Ehrlich? Ich... Barron ist gleich weg. Ich hab den falschen Unterschöpfchen drauf gemacht. Ich hab noch 4 Stacks. Ich hab noch 4 Stacks. Ich hab noch 4 Stacks. Gaff mir. Das lässt sie mir. Da geh ich nicht rein. Da geh ich nicht rein. Ach, ich hab mehr Schaden. Ah, ok. Segen Sie Drache Tank? Dann ist ja alles gut. Nicht gut. Nicht gut. Was machst du? Schnell weg da, schnell weg da. Da rein, da rein. Okay. Die letzte Aktion von Renga war ein bisschen dämlich. Aber allgemein denke ich schon, dass er weiß, was er tut. Ach komm, das sind noch 15 Gold. Die warte ich kurz. Ah, Weiger wurde wieder getötet. So. Der Thresh wird eindeutig reportet. Er wird den Turm zerstört. Er wird den Turm zerstört. Million Block. Okay. Er teleportiert sich zu meinem Boot. Oh Gott. Aber wir können... Ich kann mich nicht teleportieren. Er ist auf sich alleine gestellt. Thresh habe ich hier gerade irgendwo gesehen, dass er sich zurück teleportiert. Okay, zwei Stacks konnte ich jetzt loswerden. Die pushen von alleine. Wirklich um Sejuani zu Hilfe. Die haben hier kein Wort? Okay. Dann merken sie es eben nicht. Kauft sich Sejuani eigentlich? Ah, sie kauft sich schon ein gefrorenes Herz. Dann sollte ich mir was anderes kaufen. Ich darf nicht fallen. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Zu gefährlich. Mein Geist ist noch mehr, aber ich gehe hier lieber weg. Okay, wenn er sich ein gefrorenes Herz kauft, kaufe ich mir das hier. Was? Na toll. Aber ich lasse den anderen Items mal. Vielleicht sind die noch für irgendwas Nütze oder zumindest... So haben sie auch einen Wert. Ja geil! Der wollte beschützen, ist aber vorher gestorben. Nein, ich bin auch zu weit weg. Das war die geile Aktion. Wir haben noch 10 Sekunden. Wir können den Turm nehmen und anschließend zum Drachen laufen. Dieser ist Resch. Was? Sie wollen fertig machen, glaube ich. Nicht stolpern! Werde ihre Linien durchbrechen. Euer Team hat... Ja, ich habe den Ibiza zerstört. Wir sollten jetzt wirklich zurückgehen. Die Sonne geht immer wieder auf. Hä? Kommt doch gleich wieder, oder? Ah! Wir haben noch einen Turm zerstört. Geil! Waren das Minions? Das waren Minions. Die Sonne geht immer wieder auf. Was? Ich schwel. Ja. Ja. Ich hab dich! Oh. Das war doch gerade Weiger, oder? Es hat ihn trotzdem getroffen. Okay. Vielleicht setze ich hier noch schnell ein Wort. So, dann kaufe ich mir den hier. Und für den hier brauche ich 1500 aktuell. Aber ich könnte den Silphiekristall verkaufen. Oder für... was könnte ich mir dafür kaufen? Randoins Omen. Ja, ich könnte mir Randoins Omen kaufen. Auch nicht schlecht. Hey Kate, mach den Baron alleine! Naja, fast. Und ich brauch nur so lange. Wow, die Ult war tatsächlich sehr knapp. Der hatte hier irgendwo ein Wort. Da! So, wir müssten eigentlich... Mitte pushen, wegen dem Inhibitor. Entweder mit... ja doch, Mitte pushen wegen dem Inhibitor. ...und... ...und... ...dann... ...alle geschlossenen Bots. Ich darf nicht fallen. ...und... ...und... ...den Tank werde nicht... ...zu spät tatsächlich. ich bin trotzdem gestorben zurück geht zurück wir haben eingetötet wir haben wir nicht so passieren dürfen ok was mache ich jetzt ich glaube ich verkaufe dafür brauche ich nicht den sophie kristall dann verkaufe ich den jetzt dann kann ich mir nämlich hier noch mal was kaufen zurück zurück nicht dass das da will ich eigentlich haben jetzt habe ich mir den gekauft dafür kriege ich doch nur das da ok damit das hat auch noch verkauft aber ich bin so verpeilt und ich kaufe das das ist jetzt nicht so gut das ist gar nicht gut ihr merkt nicht dass da ein pink vielleicht sieht er nicht mal ich werde euch beschleunen nicht stolper du hast ein verbündeter wurde getötet ok wir haben zwei kills bekommen hier ein wort rein da ist kein wort das ist hier ein wort das ist kein wort weiter die haben noch baron geil was habe ich denn ach das ist die Sicht unsere Nini-Bieter zerstört sonst zerstören wir euren nochmal Katelyn 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 und jetzt zu geschlossenen bots gehen das ist das was wir tun sollten auch nein ich hab machen ich hab Holiday Obkling Verdammt 69 Drang 4 45 Ich will dir helfen, ich will dir helfen auch noch an. 30. Kein Wort. Niemand da. Niemand da. Da ist Xinsau. Den nächsten Drachen kriegen wir. Ja, das ist eine blöde Idee. Bleibt auf der Weg. So, greift an, ich bleib hier, ich beschütze euch, oder ich versuche jetzt zumindest. Nein, jetzt hat er sich unsichtbar gemacht. So, jetzt können wir enden. Wir haben die Möglichkeit zu beenden. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Weg, weg, weg. Danke schön. Lauf, Leona! Woran sind wir gestorben? Zu mir. Sie wollen durchpushen. Ich darf nicht ver... Ich darf nicht ver... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, da sind sie. Aber sie hat mich trotzdem fast getötet. Oh Mann. Danke. Aber ich hätte vielleicht sogar ulten sollen. werden, wenn wir bald wieder aufgedeut sein. Verran in 20. Leichte Feute. Bleib auf der Hut. Nein! 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 Okay, wir brauchen dich jetzt beim Verran. Ich werde euch beschützen. Der wieder da ist. Und sie machen ihn nicht. Oh Mist, ich habe hier oben nicht kontrolliert. Oh Mist, ich habe hier oben nicht kontrolliert. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss mich erwischt. Verwüstet. Verwüsten. Und schütten. Und da haben sie mich erwischt. Verwüsten! Verwüsten. Verwüsten. Oh Gott! Die leben noch zu viert! Die könnten sie töten! Tatsächlich. Der glückliche Inhibitor wird frei wieder ausgebaut! sehr schwere gerade alleine ähm naja, keine ahnung ja, sie kriegen jetzt Rache noch mal sehen, hab ich was verwechseln eigentlich, der geht auf Tank auch ein bisschen ich setze tatsächlich den Fokus hier, den nicht, den vielleicht ein bisschen und Oriana ich bin noch 10 Sekunden tot Renga noch 2, 1 er lebt wieder bei denen ist Rache noch 50 Sekunden lang tot auserwählte der Sonne ok sie gehen rein die haben da ein Wort, die wissen, dass sie da sind ich darf nicht fallen aber der Wort steht nicht heraus und hier ist auch keiner greifen wir Xenon so das Rache ist vorhin erst wiederbelebt worden der ist irgendwo unterwegs vermutlich aber noch nicht da die Barron nein Barron wäre weg ja, One-Shot Kult so, wir brauchen beide Inhibitoren welcher mindestens langsame wir können eigentlich верneし wir brauchen gesund às depart ich diese olor wir brauchen wir brauchen an team trabajar E la Sie die Wir haben gewonnen. Ja! Oh, Gott sei Dank. Oh, das war ein... Dieses Easy von Vyganus galt jetzt Thresh. Eindeutig. Ich werde ihn auch nicht reporten, deswegen, der Thresh hat es vorher mehrfach einfach ausgereizt. Ähm, aber Thresh wird reportet. Gut, bevor ich es jetzt vergesse, wird Thresh reportet. Wegen anzüglicher Sprache. So, dann haben sie schon sehr viel... Also ich muss auch sagen, es war ein tolles Spiel. Jeder hat Fehler gemacht, jeder war mal blöd, aber im Endeffekt war es ein tolles Spiel. Beide hatten schon Inhibitoren zerstört, beide Teams. Beide waren schon in den gegnerischen Basen. Hätten fertig machen können. Mehrmals. Na gut, das ging natürlich nur einmal, aber wir mehrmals und haben es aber dennoch dann geschafft. Thresh, kein Problem, ein Deutscher. Im Flamen sind deine Skills überragend. Äh, das hat Oriana geschrieben. Aber nicht im Spielen. War es wenigstens ein Pomo-Spiel? Äh, Porfin, Elweiger, Lödert, äh, drei. Keine Ahnung. Good Game Applied, Intense Game. Wenn ja, ach du, mich juckt das gar nicht. Ähm, tut mir nicht leid. Dann übe irgendwas, was ich nicht lesen kann. Dein DGM ist aber schon low. Oder? Meine 31K. Oh, du bist ein Noob. Äh, sagte er. Ähm. 20 Worts im ganzen Spiel gesetzt. The Dream, Best Thresh, EU Best. Wie viel habe ich den gesetzt? Das hier nicht irgendwo angezeigt? Oder Tabelle? Ähm. Kam, verursachter Schaden, erlittener Schadenteilung. Verschiedenes. Ist er tot verbracht? Hm, das gibt's hier gar nicht. Verschiedenes? Das gibt's auch nicht. Woher will der wissen, dass er genau 20 gesetzt hat? Oder ungefähr 20? Ich meine, ich setze auch nicht unbedingt viel, aber naja. Naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Ciao.